Yo, Kollege Diss, Mero und die ganzen Insta-Rapper, also die ganzen Rapper, ja, die so auf Lilano-Style sind, die ganzen Rapper mit ihren, ja, Autorap-Videos, ich glaube, der hatte das in seiner Insta-Story auch drin, oder auf seinem Insta-Profil, ich hab's irgendwo gesehen, aber hab's nur überflogen. Qualität ist scheiße. Ah, Stier. Egal. Oh, was ist denn los mit dir? Sorry. Geil. Geil gemacht, aber, warte, den einen Part fand ich gut. Geil, ich höre, Kollege Diss, ein Killer. Aber schon ein lustiges Video. Der hat das Ganze hier vereint, dieses Lil Shrimp, Lil Lano, Ananas Squad und natürlich in Verbindung mit einem Auto-Video, er hat das Ganze so kombiniert. Ganz lustig, Englisch. Ja, Kollege, als der Beste. Ja. 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 Ja.